Also ich finde es gut, dass Lehrer nicht mehr auf dem Schulgelände rauchen dürfen. Ich finde es auch gut, dass Schüler nicht mehr auf dem Schulgelände rauchen dürfen. Ich rede nicht mehr in die Schule. Mich selbst betrifft es nicht, aber finde ich halt nicht so cool für die Schule. Ich finde es auch gut, aber ich denke, es wird vielleicht darauf hinauslaufen, dass dann die Leute einfach das Gelände verlassen und dann, also sowas bei meiner Schule zum Beispiel, eben halt auf dem Nachbargrundstück geraten. Ich finde es okay. Da ich eh nicht Raucher bin, finde ich es gut. Finde ich übertrieben ein bisschen. Hat an sich, finde ich, nichts mit dem Unterricht zu tun. Also ich habe selber vor kurzem mit dem Rauchen aufgehört und dementsprechend finde ich das wichtig, dass man nicht erst in die Versuchung kommt zu rauchen. Wir können das Rauchverbot an Schulen nur begrüßen. Es dient der Gesundheit der Kinder und bitte? Unterlehrung.